Evoana, unser erstes Los, Gruppe nach, erste Mannschaft, CST Architekten. Dann nehmen wir die nächste Mannschaft, Gruppe B. Erste Los ist die Meisterwohnenlage, der Finalist vom letzten Jahr. Dann kommt die zweite Mannschaft in Gruppe A. Gärtner von CST Architekten ist der Huss-Veloshop. Jetzt schauen wir, wer der nächste Mannschaft zur Tür bekommt, in Gruppe B. Ui, jetzt los! Bauer Fahner, der Titelverteidiger, spielt in Gruppe B. Und jetzt nur, wer der Gruppe an die grosse Ehre hat, der wir uns gleich abschalten. Jetzt kommt es zum grossen Durbi, BMC Switzerland spielt in Gruppe A. Und somit haben wir noch eine Mannschaft übrig, die in Gruppe B spielt. Und das müsst ihr eigentlich in Staten Suisse sein, korrekt. Staten Suisse spielt in Gruppe B gegen Stromer und Bomber und Partner. Staten Suisse spielt in Gruppe B. Staten Suisse spielt in Gruppe Bermun plein,